Ich weiß nicht, du musst als Input prüfen 1.2 erstellen müssen, alles was wir von HMDs benutzen, wieder entfernen. Das heißt, wir gehen in die App-Seite und dann entfernen wir mal wieder alles. Wie jetzt brauchst du so reinkommen? Das wird ja alles. Bist du wieder drin? Ja. Ziemlich verarschend. Nein. Ah, 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 ah. Er ist drin, der ist hinter uns. Ich muss jetzt mal ganz löschen, bis es wieder funktioniert. Das ist ja auch nur laut. Aber jetzt geht es. Äh, ja. Das ist ein Lünger. Ich bin froh, dass ich gerade Fahrer drin und kein Auto habe. Ja, einfach so. Dann fahren? Ja. 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 Wohin Jamf ich schon? Ich bin froh. Oh, ich bin froh. Ich bin froh. Ja. Rein mit dir. Rein mit dir. Nicht heilkisse, danke. Oh, heilkisse. Ja, das ist gut. Heilkisse. Wow. Ich war so kreativ. Das ist so kreativ. Ich hab schon wieder Aids bekommen. Toll, danke. Der Arzt, der Freund sich bestimmt. Ja. Ja, ja, ja. Geld aufknappen des Todes. Wieso springst du auf? Besser für die Menschen. Wieso springst du auf? Wieso springst du auf? Guck mal, jetzt zeig ich mir eigentlich nicht so ein Minitake. Hallo. Wieso? Wieso? Du bist mein scheiss Fahrrad. Der ist eben cooler. Oooh! Oh, hab dann gut gemacht. Ist mal wieder klar. Der Kübel war gegen die Lasten. Freddie, du schnittst auf der GTA. Äh, ich hab GTA 5, aber ich hab sie nicht installiert. Ja, alles ist aber dabei. Ich spiel zu viel Need for Speed eher. Ja, gut. Ich hab meinen Führerschein in GTA 5 gemacht. Ich find Niko lang. Du war auch in der Flak. Du sitzt mal in der Flak und schießt auf eben. Jampa? Warte. Wenn du mich noch einmal Jampa nimmst, alter. Alter. Ne. Dann überfahre ich dich. Nimm deine Leiche. Ich tue sie hinten drauf und schmeiße sie in den Fluss rein. Nach zwei Wochen tue ich sie wieder raus. Dann fahre ich sie noch mal 10 mal drüber. Ich hab das eine Bild, dass ich sie in die Gruppe geschickt hab. Hast du ein Problem, Alter? Ja, genau. Achtung, der Flak sitzt einer. Ich merk schon. Der Flak ist gut. Vorne geschneide. Einige. Hallo. Oh, der ist hier bei mir. Wie ist das für Granaten-Avay? Hex Tomato, wie heißt du mit vorne? Halte. Toi. Ne. Ne, weil einfach schon. Es reicht. Es funktioniert. Gähn weg. Fuck, in der Flak ist einfach auf. Ich traue mich nicht mehr dich. Jetzt nimm mehr auf. Um mich anzuspreden, gehst du denn nicht. Nein. Nein! Die Frau! Komm, der Schock! Stimmt, der Schock! Das ist, äh... Ein Liebermensch! Ein Liebermensch! Du und Dieb! Du bist doch wegen dem Dieb, Alter! Ja, ich bin Barack Obama! Du bist schwarz! Ich bin Barack Obama! Ich trage gerne schwarz! Achso! Oh, man leckert mich auch zu ganz... Falsch! Höhe! Das Mäsch hier geht ganz schön schnell! Ey, wo ist hier einer? Achso... Ich höre hier nur einen Revolver und ich habe schon keinen Bock mehr. Ich habe auch hier... Ich glaube, das Mäsch ist ein schnelles Mäsch. Auch wenn man die Oberkampf der Zeitraum lässt die Tür zu. Das ist nervig. Hä? Der lässt die Tür zu, ist doch voll geil! Ja! Also, wenn hier jemand die Tür mal zulässt, das ist... Das freu ich mich nicht! Hey, da ist jemand mal da! Gut, ich bin mir die Scheiße! Ich weiß, er ist schwierig zu sehen! Bist du so einer? Ja! Das ist, was andere mögen, Max! Ich habe gerne Schwanz! Oh, Junge! Was ist denn jetzt hier mit sich? Bist du auch so ein E-Movic oder was? Ja, auf jeden Fall! Ja! Ja! Seid ihr auf Beerdigung ein Problem? Ja! Eure Problem! Bitte! Jetzt schieß doch die Flagge mit drauf! Ey, ich krieg zu viel, ne? Du kriegst einen zu viel! Eins zu viel! Eins zu viel! Ey, 1916! Au! Neun! 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 Wow! Ausrufezeichen! Das war aber ein sehr toller Kill! Ähm! Nein! Du hast da die Motivation in meiner Stelle! Ich kann es nicht so zeigen! Mein erster Kill! Dein Eins 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 Kill! Dein 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 scrapbook! Glücklich ist pranken! Ich werde mich jetzt hier versatanen! In der Sache sagt dieses Wort nicht wieder in meiner Gegenfahrt! Prank? Oder hast du Hunger? Willst du ein Bisschen Play? Playy! Ja! Ok! Meine Ohren kippen. Aua. Meine sind schon abgefallen. Warum kippen meine Ohren? Ich will echt gerne wissen. Wieso hast du einen Tinnitus? Also in real life jetzt. Du hast einen Tinnitus gerade. Das sieht ganz gut. Der Tinnitus ist doch ganz schön. Wir haben einen neuen Tinnitus. Nein. Nein, 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 nein. Da gehe ich nicht rein. Ja wunderbar, Lachenweilig. Der Tinnitus ist ja eine Idee von Theo. Das ist grandios. Du und wir zusammen. Ich könnte mich den selbst noch bringen, ja? Wieso läuft da hinten noch einer? So Leute, ich muss jetzt essen gehen. Dein Ernst? Ja. Voller Ernst. Kann jetzt nicht dein Ernst sein, verdammt. Oh, ups. Ist er weg. Im Essen. Oh, schlimm. Ich wollte doch bis gleich sein. Hallo, du bist jetzt am Essen. Du hast den nächsten Mal zu suchen. Ja, du bist gejoint. Wie hast du, äh, äh, ne Frage, wie schaffst du das? Wallhack, äh, äh, reinhaken. Ja, ja, wie schaffst du das? Ich baue das für 6 Jahre. Du hast doch irgendwas installiert bei dir. Ja, ne? Ich baue das für mich. Wo ist das denn? Ich baue das für mich. 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 Du hast mich gejoint. Sie sind jetzt gewechselt. 3,2,1.... Ich bin ganz dumm und klar Der ist sehr gut auf dem Dach Die sind locker auf dem Dach Die sind locker im Dach Die sind locker im Dach Im besten will ich nicht gesehen Wieso ist es Asmin? Achtung Asmin im Turm Das ging locker, besser Also nach oben können die nicht gehen Nein, der ist ja S-Main. Theo, ich spiele gerade S-Main. Nein, nein, der kriegt noch. Theo, ich hatte noch eine geile Sache in H&G Meister. Da ist so ein Panzerfahrer ausgestiegen, im Punkt, ich töt den und bemerke ein bisschen nach. Da sind zwei Leute und sagten, mhhhhh, kann man auf die Farbe fahren. Hey, Huni, da wollte ich auch rein. Wow, was war das bitte für eine Runde, die war zu schlecht. Hast du die aufgenommen, Theo?